Shinji Ikari versucht, seinen verlorenen Willen zum Leben wiederzufinden. Er gelangt an einen Ort, der ein Hoffnung wird. Das Instrumentalität-Blade wird erneut im Gang gesetzt. Willett sieht in die letzte Allesentscheid geschlachten, um den finalen Impact zu verhindern. Und er reist durch die Lüfte. Eva, Einheit 2 und 8 springen über das Gesicht der Roten Erde. Nächstes Mal im finalen Teil von Rebuild of Evangelion. Und bis zum Ende wird es wieder jede Menge Fanservice geben. und bis zum Ende wird es wieder jede Menge Fanservice geben. Und bis zum Ende wird die Lüfte. Der Hangelsröte ist ein sehr, ganzer Lüfte.